Liebe Masterstudenten, herzlich willkommen zur Vorlesung Change Management. Ich bin Simone Zeuchner, Professorin für Organisationsentwicklung, Change Management und Compliance. Ich habe 20 Jahre Berufserfahrung hinter mir, bin dann an die Hochschule gekommen, habe auch jetzt noch sehr viele Kontakte in die Praxis, bin Aufsichts- und Beiratsvorsitzende und werde sie daher so ausbilden, dass sie später auch einen Arbeitsplatz in der Wirtschaft bekommen und mit einer guten Ausbildung ins Berufsleben starten können. Worum geht es in unserem Kurs Change Management? Es geht um die Grundfragen des Change Management, Ursachen und Scheitern von Change-Projekten. Es geht um Change-Management-Modelle. Es geht um Organisationsentwicklung und Transformation. Es geht um Wandel von hierarchischen zu agilen Konzernen. Und wir werden sehr viel gemeinsam miteinander arbeiten. Es wird Gruppenarbeiten geben. Auch die Prüfungsleistung ist eine Gruppenarbeit. Wir werden viele Präsentationsaufgaben bewältigen. Außerdem dürfen wir auch in diesem Semester wieder spannende Referenten aus der Praxis begrüßen, die uns an aktuellen Fällen Change-Management-Projekte erklären werden. Ich freue mich auch die Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020